Was ist das für ein Filmstudium? Als ich Film studieren wollte, war ich noch relativ jung. Also ich habe direkt nach der Schule eigentlich beschlossen, dass ich Regisseurin sein will. Das heißt, ich war 18 und eigentlich hätte ich gerne in Berlin studiert, an der DFFB. Also Berlin war damals halt 1990 so top of the pop. Also das war quasi der coolste Ort, an dem man hätte sein können. Aber da musste man älter sein bzw. schon Erfahrung im Filmbusiness gesammelt haben. Das heißt, dort konnte ich die Aufnahmsprüfung nicht machen. Und ich habe mich dann zuerst am Rheinland-Seminar beworben für Regie. Aber das war eher so eine Art Testlauf. Ich wollte eigentlich lieber Film machen. Und dann war sozusagen das nächst naheliegende einfach die Filmakademie in Wien. Also es war eher eigentlich eine Entscheidung fürs naheliegende. Ich möchte gerne eine positive Erinnerung zum Besten geben. Die ersten zwei, drei Jahre Studium waren ein bisschen schwierig für mich. Also es hat ein bisschen Zeit gedauert, bis ich sozusagen Fuß gefasst habe in der Filmakademie. Und die positive Erinnerung im Zusammenhang damit ist, dass ich Klasse gewechselt habe vom Axel Coati zum Wolfgang Glück. Und der Wolfgang Glück meinen Film gesehen hat, damals meinen ersten Kurzfilm, den ich mehr oder weniger auch auf Festivals geschickt habe. Flora war das. Und er hat mir gesagt, du, Jessica, ich muss es nicht verstehen. Es muss nicht mir gefallen. Du musst wissen, ganz genau wissen, was du damit machen willst. Was du da erzählen willst. Und das war für mich eine irrsinnige Erleichterung. Also dieser Satz, der hat, glaube ich, wirklich damals mein Leben geändert, weil ich irgendwie verstanden habe, dass es um das geht. Also dass wirklich ich persönlich wissen muss, worauf ich hinaus will mit dem, was ich erzähle. Und das kann mir niemand anderer sagen oder abnehmen. Und das Gute daran ist, niemand anderer kann letztlich urteilen darüber, außer ich. Naja, mir ist aufgefallen, dass seit ich in den letzten Jahren wieder Kontakt zur Filmakademie hatte, dass sich vieles verändert hat. Und zwar, dass die Schule sehr weltoffen geworden ist und international. Und dass Gastprofessoren eingeladen werden oder Gastvortragende. Und dass sich die Filmakademie in dem Sinn öffnet. Und ich glaube, das ist mein Wunsch an diese Schule, dass das weiter fortgesetzt wird. Und dass sich das Klima weiter in diese Richtung ändert. Dass die Studenten eben eher bestärkt werden darin, was sie tun. Und sozusagen nicht nur beschult werden.